Also dies... Also ausweichen und kontern ist ziemlich OP. Ach, jetzt rennen alle... Das ist nicht euer fucking ernst. Wieso rennt ihr jetzt alle weg? Vier Ziele sind in Reichweite. Die haben 80. Ich da einstelle, ist der in Reichweite. Pass auf, hier rüber. Ähm... Er muss seinen Square-House-Kick machen. Das sind auf jeden Fall schon mal drei. Ich hab jetzt... Ich weiß jetzt nicht, ob das schon vier sind. Ich bin mir nicht sicher. Reicht einer? Nein, reicht nicht. Muss es aber auch gar nicht. So, jetzt hab ich's auf jeden Fall geschafft. Pass auf. Du hast ein Schwert. Schwert nur das hier. Dann mach mal das hier. Du hast grad auch nichts anderes. Dann machst du den hier fertig. Ach, der kann noch was machen. Nerf, please. Mein Mann. Schau mal. Alles... Tschüss. Alles... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kreis der Freundschaft Untertitelung des ZDF, 2020 Wir konnten uns kein anderes Zombie-Kostüm leisten. Super! Was ist das? Ah, okay, das ist wahrscheinlich gut, wenn die ihre Special-Attacke machen. Dreimal riskier's und dann fange ich an zu blocken. Ey, ich habe jetzt bessere Panzerung und ich nehme mehr Schaden als vorher. Also sowas hasse ich, ja. Komm, einmal riskier ich noch. Was passiert, wenn ich das jetzt verliere? Okay. 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 Komm, einmal noch. Ja. 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 Ich hab jetzt die Wahl zwischen Free Stuff annehmen und Anzweifeln, ob es echt ist. Mir gefällt das überhaupt nicht. Oh, wir inspirieren Leute, ihre Träume zu verfolgen. Dabei verprügeln wir nur Zombies. Und anderes Zeug. Wenn wir hier was machen? Ne. Dafür müssten wir vielleicht mal... Kann man vielleicht? Woodboard. Da. Pass auf. Ein Tier lohnt es nicht. Nicht mehr wirklich. Aber das hier können wir noch holen. Oh, plus 70 Death? Ja, bitte. Hat sogar ein USB-Port. Wow. Ähm, Shop. Wir wollten irgendwas... Genau. Ich weiß, was ich holen wollte. Ich wollte... Ah, darf ich dich hinsetzen? Plus 10 Audience für Kampf und Skills. Halbwegs brauchbarer Greenscreen. Staubsauger. Pass auf. Das und das. Ich glaube, das ist die letzte Folge vor dem Staffelfinale. Ich glaube, bis zum Staffelfinale mache ich auch wieder. 10 Feinde besiegen und 250 Gesundheit heilen. Fängt ehrlich gesagt machbar. Ich hab' das Gefühl unser Erzähler ist Audus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zählt das? Zählt Warframe auch schon? Wenn das als Ziel zählt, dann ist es echt nicht schwer. Wow. Wow. Ein Gegner besiegt und es sind sechs im Feld. Man, dieser Monitor ist auch nur am knacken. Pass auf, wie weit könnt ihr gehen? Bis da. Dann gehen wir hier rüber. Mach Teamwork. Mach Teamwork. Wow. Wow. Pass auf, den sollten wir vielleicht mal ausschalten. Wow. Wow. Fällt ein bisschen was aus. Okay. Okay, ich muss warframen. Ist das überhaupt ein Wort? 5 sind auf dem Feld. Und... Pass auf. Ich hab'n Plan. Mann. So. So. Die zwei erledigen den und sind dann auch in der Nähe des Portals. Oh. Genau. Jetzt sind nur noch die hier übrig. Ach fuck. Jetzt komm' ich da nicht dran, ne? Bullshit. Aber das hier könnte... Aber doch, das könnte funktionieren. Wenn jetzt... Ja. Teamwork. Warte. Hat er jetzt auch seine Fähigkeit eingesetzt? Oh. Ach, das beendet die Szene. Schade. Bis zum nächsten Mal. 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 jeden Fall noch. Und zwar fürs Staffelfinale. Das muss jetzt aber gut werden. Ja, warum nicht? Wie sieht das aus? Staffelfinale, ja. You what, mate? Das ist dann wohl die Antwort auf die Frage, wie sehr eine Meerjungfrau aus, wenn der untere Teil des Körpers menschlich wäre. Siege einen Pfand in der ersten Runde. Behalte alle Vorspiele über 50%. Siege das Boss-Boss mit einem Finishing-Move. Siege in 10... Gewinne in 10 Runden. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Vor allem, wartet mal. Kann ich? Nee, ist nicht lang genug. Sonst hätte ich zumindest bei der nächsten Staffel mal sagen können, wenn ich in die Sache Teller Rangers Rhino Charge. Crafting, was gibt's hier so? Früher war es ein Besen. Jetzt ist es großartig. Was kann man denn mal... Du hast da für ein Tutorial im Internet gesehen. Mhm. Kann ich irgendwo auch mal einen Vergleich sehen? Das war nur Lead-Only, ne? Plus 12, 40 Waffenschaden, 40 Cooldown. Blitzer. Warum nicht? Pass auf. Achievements. Achievements. Bin ich in Angriff? Weiß ich. Ja. Ist besser. Nice. Achievements. Ja. Wir products. . Er. Ich fange an, die einzigartige Grammatik unseres Erzählungssystems zu mögen. Ich würde Cerebo wirklich gerne in Ordus umnennen, das muss ich ganz klar sagen. Und dann wäre der Mecca halt die Lisette. Wie kommen die immer da rein? Pass auf. Bis zum nächsten Mal.